Hey du, weißt du was passiert, wenn man zwei Idioten auf einen GTA-RP-Server lässt? Nein? Dann schau zu und lerne! Ja, einer eurer Leute hat den niedergeschossen, der irgendwie eine Meinungsentscheidung gehabt. Ah, cool. Junge, der verprügelt seinen Tastatur gefühlt! Nimm doch das Scheiß! Mikrofon weg, meine Tastatur! Wann kommt denn die Polizei endlich? Ich hab Hunger, ich hab Durst. Aber komm, ich verbinde euch jetzt allen den Münder hier. Was soll denn der Scheiß? Geht doch gar nicht, du Idiot. Du machst hier gerade, du weißt gerade nicht, was du machst. Darf man in den Gegendverkehr fahren? Ich weiß, das ist eine komische Frage, aber... Die Glatzer hat voll viele Casinochips dabei. Bist du spielsüchtig? Ich hab Probleme, ja. Das lief nicht gut im Casino. Da würde ich aber auch nicht weiterreden. Das ist mir sehr unangenehm. Darf ich mal eine Sache fragen? Wie hast du eigentlich deinen Führerschein geschafft? Mein guter Freund Werner ist... Hier ist irgendwas explodiert gerade. Ich glaube, ich bleib einfach hier drinnen. Ich glaube, hier ist sicherer. Sagst du, nachdem schon drei Geiseln exekutiert wurden? Passiert jetzt noch irgendwas, oder...? Ist da überhaupt noch jemand? Kannst du mir die Handschellen eventuell abnehmen, wenn ich mir kurz auf die Fresse fliege? Nein, das funktioniert nicht. Oh doch, funktioniert! Endert? Ja. Er wird bescheuert. Ich hab Puff. Meine Puff-Mama heißt Leila. Hä? Wieso hab ich jetzt wieder Handschellen an? Was ist, was wäre denn das englische Wort für, äh, Fesseln? Äh, Bondage? Nein, ich glaube nicht. Was ist das für die Schleifahrlehrer hier heißt? Ich wollte gerade davor springen. Warte mal, darf ich mal kurz was testen? Können Sie bitte gerade aus meinem Schritt entfernen? Warte mal, ich guck nochmal, äh, was, was könnte man denn noch machen? Zur Polizei fahren vielleicht? Womit? Zur Polizei laufen vielleicht? Ist hier jemand? So, ja, dann können wir dir erfolgen und du gibst uns ein bisschen was, oder? Ähm, warum brauchen Sie das? Äh, weil wir sind gerade neu in der Stadt. Wir brauchen Führerschein, wir brauchen generell Sachen. Wo haben Sie diese Primtermoppen? Äh, die haben wir gefunden aus dem Mülleimer. Hier ist also...